Ich heiße dich willkommen bei Antea Grow. Heute geht es weiter mit meinem Grow Report. Das ist jetzt Teil Nummer 5. Wenn ihr das jetzt erst seht, das Video ist das allererste Mal, vielleicht schaut ihr euch den ersten Teil an. Wenn ihr den noch nicht angeschaut habt, verlinke ich euch dann in dem Video. Kleine Disclaimer am Anfang. Dieses Video wird es wie auch letztes Mal bei Teil 4 in ab 18 geben und ab 0 Jahren freigegeben, beziehungsweise die Version, die YouTube zensiert und die Version, die ab 18 ist und die man dann sich nur anschauen kann, wenn man eingeloggt ist und auf YouTube bestätigt, dass man 18 ist. Das heißt, wenn ihr jetzt bei diesem Video ankommt und nicht eingeloggt seid, ihr habt aber einen Account, vielleicht schaut ihr euch das andere Video an. Ich versuche die auch untereinander zu verlinken, damit ihr die ab 18 bzw. die zensierte Version euch anschauen könnt, denn YouTube erlaubt leider keine Cannabis-Pflanzen-Bilder. Deswegen gibt es in der zensierten Version keine Bilder zu sehen, beziehungsweise die sind dann verpixelt. Also wenn ihr die nicht verpixelt sehen wollt, schaut euch nach dem anderen Video um, das ab 18 ist, das ihr aber nur dann sehen könnt, wenn ihr eingeloggt seid. Und jetzt geht es los. Ganz grob die Themen heute. Ich würde euch gerne die Temperatur zeigen in einem etwas längeren Verlauf, also in der Statistik, wie so meine Box draußen war, wie es so draußen ist, wie es mit der Temperatur ist. Die ist nämlich sehr hoch und manchmal auch sehr niedrig. Dann würde ich euch ganz kurz und gerne zeigen, wie meine Antea-Software aussieht. Ist immer noch in der Arbeit. Es wird auch demnächst ein Video geben, wo ich dann viel mehr auf Antea und um die Zukunft von diesem Klimasteuer oder GrowSmart, GrowController eingehen werde. Aber heute will ich euch mal ganz kurz was zeigen von Antea. Dann zeige ich euch natürlich, wie es gerade aktuell in meinen Pflanzen geht. Indoor und Outdoor. Versuche ich heute ein bisschen ausführlicher zu machen, aber es gibt halt nicht so viel zu zeigen, außer dass es die Pflanze next. Ihr könnt ja dann einfach mal Pause machen, wenn ihr euch die Länge anschauen wollt. Viel mehr kann ich euch leider gar nicht zeigen. Und ja, das war es. Nämlich mein Ziel für heute ist, ein kompaktes Video zu machen, das nicht so super lang geht. Denn ihr wollt ja eigentlich nur ein Update kriegen und etwas langsamer reden. Das ist nicht so einfach für mich, denn mein Gehirn rast doch relativ schnell. Deswegen, nicht deswegen, aber egal, jetzt geht's los. Ja, ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt in den Themen. Die Temperatur draußen ist schon richtig krass. Die relative Luftfeuchtigkeit oder nur Luftfeuchtigkeit und die Temperatur sind schon krass am Schwanken. Ich zeige euch da mal eine Kurve von beiden. Da seht ihr bei der Luftfeuchtigkeit, aber auch genauso bei der Temperatur, dass die Kurve nicht so abgehackt ist, wie wenn man jetzt einen Indoor-Grow hat, wo man dann auf einmal das Licht ausgeht und dann wird es kühler. Und dann verändert sich natürlich auch die relative Luftfeuchtigkeit. Und dann draußen sinkt es und steigt das langsam, so wie es halt auch ist in der Natur. Langsam geht die Sonne weg, langsam wird es kälter und so weiter. Ja, drin ist es natürlich ein bisschen abgehackter. Wollte ich euch mal kurz zeigen. Und das leitet natürlich dann auch gleich über, heute wird es kompakt, das Video, zu meiner Software Antea, wo ich ja schon viel drüber hier und da mal geredet habe. Und heute wollte ich euch mal so ein bisschen meine Web-App zeigen, die auf so eine Antea-Box zugreift von dem anderen. Deswegen, das Bild kann ich euch leider nicht zeigen von so einer Box, aber normalerweise, seht ihr jetzt hier, haben wir einmal die ganz oben das Kamerabild von der Box. Das könnt ihr dann eure Cannabis-Pflanzen zeigen, wie es aktuell denen geht. Finde ich übrigens super, super hilfreich, dieses Kamerabild. Und ich habe Antea auch ein bisschen angepasst, denn früher musste man immer irgendwo hinklicken, dass man die Kamera sieht. Jetzt sieht man immer direkt die Kamera auf der Startseite. Super hilfreich, ein super hilfreiches Werkzeug, um zu sehen, wie geht es euren Pflanzen. Sind die Blätter arg am runterhängen, dann ist es Zeit vielleicht zum Gießen, vielleicht. Kann aber auch bedeuten, dass es zu feucht sind. Aber ich weiß ja grob, wann ich es das letzte Mal gegossen habe. Ja, also ich finde das Kamerabild eigentlich fast das Wichtigste überhaupt. Aber natürlich, habe ich auch schon erwähnt, alles auf einer Ansicht. Früher war nämlich Antea ein bisschen anders. Da hat man dann nur die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit usw. gesehen, die ganzen Werte von den Sensoren. Aber wenn man jetzt sehen wollte in der Statistik, wann war es hoch, wann war es niedrig, dann musste man auch immer wieder auf die Statistik gehen. Und jetzt ist es so gemacht, dass man direkt auf einen Blick in einem Kästchen, in einer Box sehen kann, wie es den Pflanzen, wie es in den letzten 24 Stunden so in diesem Wert erging. Also wie der so in der Vergangenheit war. Zum Beispiel, die wichtigsten Werte finde ich jetzt Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dann habe ich noch zusätzlich die Erdfeuchtigkeit. Das ist aber aktuell nicht die Feuchtigkeit, sondern eher die Trockenheit, die hier angezeigt wird. Denn das ist der Widerstand, langsam reden, der Widerstand, den ich messe, der Erdfeuchtigkeit oder der Erde. Das heißt, umso höher der Widerstand, umso trockener ist auch die Erde. Dann habe ich die Blatttemperatur. Super wichtig, um mit Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit und in Kombination mit der Blatttemperatur den WPD zu berechnen. Den Vapor Pressure Deficit. Da habe ich auch mal in dem Video, glaube ich, Luft drüber gesprochen. Schaut er euch vielleicht auch mal an. Und es gibt dazu auch noch einen WPD-Calculator. Wenn ihr jetzt keine Antea-Box habt, die ist ja auch leider noch nicht auf dem Markt, dauert noch ein bisschen. Ein Update über Antea und wie weit ich bin, kommt auch noch. Ich muss daran arbeiten. Es frisst einfach alles sehr viel Zeit, um auch diese Videos hier zu machen. Deswegen habt Erbarmen, wenn das noch ein bisschen bei mir dauert. Aber wenn ihr sowas noch nicht habt, die Möglichkeiten, diese Werte automatisch berechnen zu lassen, es gibt einen WPD-Calculator auf der Antea-Grow-Website. Verlinke ich euch. Antea-Grow.com. Und ich habe auch einen Beitrag geschrieben, was so WPD überhaupt bedeutet. Also wie stark die Pflanze schwitzt, wie stark sie sozusagen Feuchtigkeit aufnimmt und sie wieder abgibt über die Blätter oder wie langsam sie das tut. Daran könnt ihr auch gut erkennen, wie es eurer Pflanze grob geht und ob sie auch ihre Nährstoffe schön aufisst. Isst du schön fleißig deinen Brei auf? Und dann noch der Luftdruck. Ist jetzt nicht so super wichtig, aber bei Outdoor, finde ich, ist das ein super Wert, denn daran kann man erkennen, ob das Wetter sich langsam ändert. Und dann kommt vielleicht demnächst mal noch mehr Hitze oder vielleicht wieder ein bisschen Kälte. Ja, das war einmal an der... Ah, nee, 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 nee. Auch ganz wichtig. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel bei der Temperatur einmal schon einen kleinen Graph, aber ich kann auch da draufklicken und dann sehe ich nochmal im Detail, hey, wie es denn so der Temperatur ergangen ist in den letzten... Ja, in den letzten 24 Stunden. Oben ist es auch schon ausgewählt, nach 24 Stunden. Ich könnte aber auch jetzt bis zu einer ganzen Woche zurückblicken und dann kann ich auch so grob sehen, wie denn so... Ja, wie es wärmer oder kühler geworden ist in den Tagen und kann dann da vielleicht auch ein bisschen was verablesen, wenn ich das zum Beispiel kombiniere mit, keine Ahnung, der Erdfeuchtigkeit. Wenn ich jetzt sehe hier, die Erdfeuchtigkeit war immer sehr... Wenn die hoch ist, die Erdfeuchtigkeit... Ja, das ist ja die Erdtrockenheit, wenn die Erde sehr trocken ist, dann ist vielleicht auch die Luftfeuchtigkeit etwas niedriger. Kann man immer wunderbar hier miteinander vergleichen. Man kann aber auch sagen, ich habe jetzt gerade eben meine Pflanzen gegossen, bleiben wir nochmal bei der Erdfeuchtigkeit. Hat sich da überhaupt denn was getan? Und da kann man auch nochmal die letzten sechs Stunden sich anschauen lassen, damit es ein bisschen... Ja, nicht so viele Daten... Hat es was gebracht in dem letzten Gießen? Und ich kann natürlich auch noch auf die Kamera gehen. Das zum Beispiel geht aktuell noch nicht, aber das wäre in der Zukunft, würde ich das gerne machen, dass ich unter der Kamera dann noch die Möglichkeit habe, mir einen kleinen Timelapse anzuschauen von den letzten 24 Stunden, von den letzten sieben Tagen, von einem ganzen Monat. Einfach mal das Video... Die ganzen Bilder, die man so aufgenommen hat, zusammen in ein Video verfasst und dann sieht man so ein Timelapse, wie die Pflanze langsam wächst. Finde ich super geil. Habe ich auch schon gehabt, aber habe ich jetzt in der neuen Version von Antea noch nicht implementiert. Und, ach ja genau, wenn ich jetzt schon mal beim Thema Antea bin und doch alles schnell fertig machen wollte, nee, nee, so schnell geht es nicht. Es gibt nämlich auch noch den Kalender. Finde ich super, super toll. Da kann man sich dann verschiedene Sachen eintragen. Zum Beispiel habe ich mir eingetragen, wann ich die... Jetzt gehe ich mal einen Monat zurück. Wann nicht die ganzen... Wann die Autos alle gekeimt sind. Und gleichzeitig noch sehe ich dann auch noch, wann denn... Also hier jetzt grob habe ich dann mal gesagt, beim 16. und 17. sind die gekeimt. Und dann sage ich ja mal grob, am 18. vielleicht waren sie wirklich so alle draußen. Und dann fängt die erste Woche an, am 25. Da habe ich dann reingeschrieben A21. Da kann man auch mal drauf gehen. Das ist die Autowoche 1. Also nach... Am 25. April sind sie ungefähr schon eine Woche gewachsen. Und habe mir dann mehrere Einträge gemacht. Und kann dann so sehen, jetzt im Mai, ne, A2, A3, A4, das sind alles so kleine Kürzel. Das heißt, besteht immer für Automatikwoche 3 und so weiter. Automatikwoche 4. Und dann weiß ich, am 18. Juli sind sie dann fertig. Und dann kann man auch immer wieder ganz gut gucken. So, ha, hier auf der Kamera sieht es gerade so aus bei denen. Wann sind die denn überhaupt fertig? Ich muss jetzt mal kurz in den Kalender gehen. Ich finde das ein super, super hilfreiches Tool. Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar mehr Tools geben. Aber jetzt mal ganz kurz zum Thema Antea. Habe ich hier schon? Ah ja, gut, wunderbar. Mal gucken, dass mein Video auch aufgezeichnet wurde, was ich hier gerade euch zusammengeklickt habe. Ja, das war ein kleiner Live-Ausschnitt von Antea. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommt demnächst noch mehr. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, Ach nee, nochmal das Thema Outdoor. Die Pflanzen wachsen langsamer. Ja, das seht ihr jetzt auch gleich in meinem Update. Ja, es ist natürlich, die haben halt nicht so viel Licht. Ich kann natürlich Indoor 18, 20 Stunden lang Licht auf die ballern. Und dann wachsen die dementsprechend viel und schnell. Und draußen kriegen sie halt nicht ganz so viel Licht zur Zeit ab. Dazu kommt aber noch, dass es manchmal sehr heiß wird. Vielleicht ein bisschen zu heiß. Dann stockt sie ein bisschen im Wachstum. Und dann kann es auch sein, dass es sehr kalt wird. Dann wächst sie vielleicht auch nicht so viel. Vielleicht auch nicht so viel Licht immer zur Verfügung. Deswegen, das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Das merke ich jetzt auch erst. Ich habe null Erfahrung im Outdoor-Grow. Vielleicht ist es nochmal anders, wenn man die Pflanzen ein bisschen später raussetzt. Wenn man die Pflanzen ein bisschen größer werden lässt, bevor man sie raussetzt. Aber ich wollte die Autosamen, beziehungsweise die Keimlinge möglichst schnell raussetzen. Dass sie sich an das Licht gewöhnen. Und dass wir halt auch irgendwie so einen guten Vergleich haben. Wie sieht es draußen und wie sieht es drinnen aus? Ich hätte sie natürlich auch ein bisschen hochziehen können, Indoor. Vielleicht würde ich das dann auch in Zukunft nochmal machen. Oder vielleicht auch generell gar nicht mehr auf Autos setzen. Die größeren Klonen hochziehen und dann im richtigen Moment raussetzen. Ja, also generell, das ist jetzt meine Erfahrung. Sie wachsen auf jeden, jeden Fall draußen etwas langsamer. Und das seht ihr jetzt auch am Video, was ich euch zeigen möchte. Ach, nochmal Hinweis. Wenn ihr das Video uneingeloggt seht, dann seht ihr jetzt die Pflanzen verpixelt. Wenn ihr die nicht verpixelt sehen wollt, schaut euch nach dem Video ab 18. Gibt es auch nochmal. Ja, die sind nicht so groß geworden draußen. Ich meine, ich habe Indoor auch noch ein paar kleine. Aber jetzt bleiben wir mal beim Thema Outdoor. Sie sind nicht so groß geworden. Und ich habe auch so das Gefühl, dass da schon irgendwelche Schädlinge dran waren. Vielleicht eine Schnecke oder keine Ahnung was. Vielleicht ging es denen auch nicht so gut, als es dann draußen mal 10 Grad in der Nacht hatte. Und keine Ahnung, 40 Grad am Tag manchmal. Vielleicht haben die da auch stark gelitten. Die eine, das ist auch die von der Amnese Haze, die ich mir eigentlich bestellt habe. Ich habe ja noch Gratissamen dazu bekommen. Die habe ich auch eine rausgestellt. Genau, draußen steht eine Amnese Haze und eine von den Gratissamen. Einfach mal beide rausgestellt. Und ja, die Amnese Haze, die größere, in dem größeren Topf, die ist schon ein bisschen, die sieht schon ein bisschen doof aus. Also irgendwie, keine Ahnung, die Pflanzen, die Blätter sind schon so ein bisschen verformt. Und die waren auch teilweise abgeknabbert. Keine Ahnung, was da passiert ist. Die andere sieht ein bisschen besser aus. Ist nicht ganz so groß wie die Amnese Haze. Aber da ist irgendwie nichts abgeknabbert. Außer so ein bisschen. Das Blatt, bei einem Blatt fehlt es so ein bisschen. Aber wenn halt wirklich die ganz kleinen, zentralen Blätter, die da aus, ja, das war heiß, nennt man das nicht, aus der Mitte der Pflanze rauskommen und dann immer größer werden und dann wieder mehr kommen und wieder mehr. Diese ganz kleinen Blätter am Anfang, wenn denen was passiert, das ist immer doof. Und das ist halt bei der einen passiert und bei der anderen, bei der Kurschkorillia, die Gratissamenpflanze, bei der ist das zum Glück nicht passiert. Glück gehabt, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, so sieht es draußen aus. Und drinnen sieht es ein bisschen besser aus. Die fangen wir mit der kleinsten an, die in dem Dope-Soil drin ist. Habe ich jetzt auch dummerweise erfahren, dass ich nicht hätte Dope-Soil für Automatikpflanzen verwenden sollen, sondern ich hätte Dope-Light verwenden sollen. Eine vorgedüngte Erde, die eher für Automatik-Sorten gedacht ist. Ja, habe ich leider falsch gemacht. Aber der ging es am Anfang nicht so gut in dieser Dope-Soil-Erde, die kleine. Deswegen ist die bis jetzt nicht so groß geworden. Die hat ein bisschen gestockt beim Wachstum. Deswegen ist die jetzt nicht so riesig geworden. Und ja, ich habe auch bei den Autopflanzen einen Zollstock nebenan gehalten. In der Größe, die kleinste ist jetzt grob acht Zentimeter groß geworden. Und die im Dope-Soil, dann geht es weiter zu der, was war das? Genau, das ist die von den Samen. Also die kleine ist von den Samen, die ich bestellt habe, von der Amnesia Haste. Und die andere, die ich habe, die ist ungefähr 14 Zentimeter groß. Die ist auch von Amnesia Haste. Ein bisschen größer, gefällt mir besser. Aber die hatte auch ein paar Probleme. Da sind auch die Blätter so ein bisschen mutiert rausgekommen. Nicht in der gleichen Anzahl und so weiter. Ein bisschen in einem komischen Winkel. Also die ist auch nicht so ganz perfekt gewachsen. Aber immerhin ein bisschen größer. Synthetischer Dünger, kein Dope-Soil. Und dann die ganz große, 28 Zentimeter. Aber es ist eine von den Gratissamen von Cush Times Gorilla. Die ist am besten bis jetzt gewachsen von allen Pflanzen. Also Indoor sieht sowieso gefühlt gerade ein bisschen besser aus. Die ist richtig groß geworden. Da freue ich mich besonders drauf. Ist aber halt auch eher ein Indica. Sativa finde ich immer ein bisschen geiler. Aber wer weiß, was da für so ein Phenotyp sich durchdrückt. Bei den anderen weiß man es auch nicht so genau, ob es dann wirklich ein Haste ist. Bis jetzt sieht das nicht so aus, als hätten die dünne Blätter und Seen gehen Richtung Sativa. Deswegen wahrscheinlich sind das alles so ein bisschen Indikas. Wer weiß. Werde ich dann am Ende mal ausprobieren. Okay. Eigentlich war es das jetzt. Ich wollte noch kurz auf eure Kommentare eingehen. Ein Kommentar war zum Beispiel. Blablabla, warum redest du so viel Zeug am Anfang des Videos? Das interessiert uns alles nicht. Oder ist es vielleicht ein Thema, was jetzt nicht so direkt passt? Willst du noch ein Update geben und so weiter? Deswegen habe ich die Kommentare oder die Antworten auf die Kommentare ans Ende des Videos gepackt. Ich habe euch gehört. Genauso wie auch, dass ich zu schnell und zu viel rede. Deswegen habe ich versucht, das Video heute ein bisschen kompakter zu machen. Ich lese eure Kommentare. Vielleicht antworte ich nicht immer auf alle. Aber ich lese eure Kommentare. Besonders, wenn sie lieb und freundlich geschrieben sind. Denkt daran an gute Kritik. Haut nicht einfach nur raus, was ihr schlecht findet. Sondern auch immer ein bisschen was aufbauen. Das hilft auch generell im ganzen Leben. Wenn man jemandem was sagen will, was mitteilen will. Und der sollte darauf hören. Dann sagt nicht, das ist alles Kacke. Dann hört niemand auf euch. Ihr müsst es auch ein bisschen netter verpacken. Sagen, das ist geil. Das ist für euch nicht so gut. Und das ist vielleicht auch geil. So in meinen Augen kritisiert man richtig gut. Und so nehmen das die Leute auch am besten an. Und ich werde natürlich immer in diesem Video meine Ansichten teilen. Meine Erfahrungen teilen. Und wie gesagt, ich erwähne das ganz häufig. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich baue das Ganze auch nicht wissenschaftlich auf. Ich haue mein Wissen raus. Und meine Ansichten, so würde ich das machen. Vielleicht geht das auch anders viel besser. Aber so würde ich das machen. So habe ich bis jetzt sehr viel Erfolg gehabt. Und deswegen gebe ich das Wissen auch so weiter. Vielleicht kann man es auch anders besser machen. Wer weiß. Aber das ist mein Wissen. Und ihr könnt natürlich auch gerne, was ihr dazu sagt, immer in die Kommentare schreiben. Freue ich mich auch drüber. Dass ich mal eine andere Perspektive sehe. Und ich wurde auch schon öfter auf das Thema Licht angesprochen. Das wäre total der Overkill. Da so ein großes, keine Ahnung, 200, 300 Watt Licht zu verwenden. Natürlich, wenn ihr einzeln seid und nur diese 50 Gramm erreichen wollt, dann reicht natürlich auch Licht mit Input 50 bis 100 Watt. Für ein, zwei, drei Pflanzen. Vielleicht auch nur eine Pflanze. Da reicht das auch. Und da kann man dann auch eine schöne, kompakte Growbox nehmen. 60 mal 60. In der Höhe wäre es schon ganz gut, wenn es ein Meter 50 ist oder so. Geht natürlich auch alles viel kleiner. Ich sage das halt auch oft dazu. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt growen und vielleicht halte ich mich nicht so ganz ans Gesetz. Oder es sind Leute dabei, die einfach viele Personen im Haushalt haben und die einfach bei einem Grow gleich viel aus Output haben wollen und nicht jetzt mehrere Growboxen aufbauen wollen und das alles auf eine konzentrieren. Das würde ich auch empfehlen. Lieber einen großen Grow machen und dann ein bisschen was haben, als immer wieder growen, growen, growen. Es ist für mich effizienter. Und ich habe es ja schon am Anfang erwähnt. Manche haben oder viele fragen auch, wann die Antea-Box verfügbar ist. Leute, ich arbeite echt dran. Es ist nicht so einfach. Ich werde demnächst ein Video machen und dann nochmal erklären, grob, wie weit es mit der Antea ist und auch ein paar Sensoren und so weiter zeigen und auch mehr Einsichten in die Software geben, wo ich jetzt schon relativ viel gezeigt habe. Aber es kommt. Es kann leider noch ein bisschen dauern, weil es braucht allein schon sauviel Arbeit, diese Videos hier zu machen. Dann mache ich ja noch andere Videos für Antea und die Vorbereitung. Es ist so krass, was die Vorbereitung braucht. Die braucht manchmal mehrere Stunden. Ich habe ja auch ein Skript hängen oder beziehungsweise Stichpunkte, weil ohne geht es leider nicht mehr. Sonst wird es doch zu verwirrend und ich springe dann doch zu sehr hin und her. Aber ich habe jetzt immer noch keinen Teleprompter. Das wäre, glaube ich, auch zu viel Arbeit. Deswegen gibt mir ein bisschen Zeit. Antea ist in der Mache. Also das hat jetzt lange, einige Jahre ein bisschen geschlafen, aber es geht auf jeden Fall weiter. Ich arbeite auch mit Hochdruck an Antea und an dem Video. Okay, jetzt sind wir am Ende angekommen. Kommentare sind durch. Ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Das wäre super cool. Und wenn ihr eine Frage habt, Kritik zum Video, bleibt freundlich und sachlich und immer schön freundlich kritisieren, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst mir doch bitte ein Abo da. Das hilft mir ungemein, meinen Kanal wachsen zu lassen. Und jetzt sind wir wirklich am absoluten Ende. Ich danke dir fürs bis zum Ende Zuschauen. Und ich danke auch allen, die mich einfach nur schauen, weil sie meine Stimme mögen, weil sie meine Art mögen, weil alles an mir so perfekt ist, oder weil es alles so ist, wie es sein soll. Schreiben auch manche. Bleib einfach so, wie du bist. Das ist perfekt. Und ich danke euch für diese ganzen lieben Kommentare. Es gibt auch ein paar, die mich einfach nur anhören, weil sie meine Stimme so mögen. Habe ich auch schon auf anderen YouTube-Kanälen gehört, die ich gemacht habe. Hallo, die, die auf meine Stimme stehen. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.